So, Schatz, wo sind wir jetzt? Australien. Australien haben wir durch Sidney... Ich würde dir gerne mal Taube gehen. Taube? Du kannst eine Haie-Taube haben. Du isst nur in der Nähe, dann schwimmst du Hei und so. Ja, das ist klar, das brauchst du wieder mit, gell? Okay, ich bin schon auf dem Schiff und trinke Bier. Aber weißt wann wir noch? Ja, in Sidney würde ich auch gerne gehen. Okay, Brisbane! Ah, Brisbane ist doch Taube, das Hochwasserfahrt, oder? Ja, da sollen wir mal mitgehen und schauen, ob sie fertig sind mit Hofkühlen, oder? Meinst du, die sind schon fertig? Ja, schauen wir mal, oder? Ja, die sind bestimmt auch ein wenig Strohsfähig und so. Ja, schauen wir mal. Ja, wir gucken mal. Also. Ja, ich wünsche mal. Ja, ich wünsche mir die ganze Zeit. Das war's für heute. Vielen Dank. 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 ...